Ja, die brauchen wir noch gegen die Matschhaufen. Die Matschhaufen-Gang. Oh, hier, hocken sie. Wurde gerade nicht übernehmen. Hast du's gesehen? Ja. Boah, Alter. Ball hatten da oben schon wieder rum. Ich glaube, das Ding ist in Luft gegangen. Nein, nein, nein. Oh, Granate. Oh, fuck. Ich fasse da auch. Boah, ich muss mir mal ne neue Maus zulegen. Ja, ich brauche ne neue Maustastatur. Und dann. Ja, die Maus ist halt unendlich. Hier, wo geht's doch vorher? Oder ich bin einfach mit Konfurt. So, meine Muni leer. Siehst du irgendwo noch ein Menschengewehr rum? Ja. Nein, ich sehe nichts mehr. Ich bin jetzt mal so gern mit. Ich weiß vielleicht gar nicht, wo wir lang müssen. Hier, glaube ich. Ja. Hier runter wieder. Jetzt immer in die Gegensätze Richtung der Pfeile. Ah, da hängende. Hier wollen wir. Ja, ich komme. Ich muss jetzt mal aus. Ja, da kann man nicht lang. Ich weiß ja. Ich weiß ja. Ah, hier. Meine Frisse. Oh, mein Gott, komm. Ja, Plastik. Oh, Palme. Ja, Leute. Ihr müsst euch nicht wundern wie die ganzen Geräusche im Hintergrund. Meine Frau brüllt hier rum. Der Kleiner läuft nur rum. Ich hab nicht Urlaub. Nein! Bist du runtergefallen? Oder was passiert? Ich bin durch den Schaft gefallen. Wie geht das denn? Hier, durch den Rand, wo die Viecher hochgekommen sind. Das ist ja noch nie passiert. Du bist wieder da, ja. Ja. Scheiße. Meine Pumpe ist auch noch nicht passiert. Scheiße. Ich habe nur diese Pistole für die Hand, diese Laserpistole, dieses Schrott. Ja. Ja, okay. Irgendwie geht die ein bisschen ab, aber für die Flatt, letztendlich. Wenn dieser Aufladeschuss ist, ist auch schade. Der kann einfach durch die Decke springen. Die Platte können alles. Lelelelelelele Lelelelelelelele Hier da hinten. Erbrückseite, oder? Wir werden sterben. Wir werden sterben. Gut, knöpfen wir uns den nächsten Generator vor. Wir haben noch zwei vor uns. Ja. Wir werden wieder nach oben. Ja. Jetzt müssen wir wieder eine Banshee suchen und da hochfliegen oder was? Ich weiß es nicht. Wo ist der Punkt? Ja, irgendwo da oben. Sehr gut. Panzerlohn? Ja. Ja. Ich klicke mal da rum, gucke ob ich irgendwelche Banshee setze. Da oben. Ja, wir müssen eh den ganzen Weg zurück, dann müssen wir bestimmt da hinten wieder langfahren. Ja. Ja. Glaube ich auch. Oh, die hab ich gerade vom Himmel überholt. Wow. Ich habe mich ja reingefahren. Hier kommt man wieder nicht durch. Doch. Ich werde schon mal ein paar abknallen gehen. Ja. Warte schon mal. Ich warte auf dich. Ich bin da weg hinter dir. Ich siehste mit der alten Sicht besser. Ja. Fällt mir mal Wald um. Ist nicht so neblig. Ja. Aber jetzt hauen die Steps, Alter. Ja. Ja, Mann. Schrecklich. Tick, 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 ja. Hier ist der noch heile. Na klar. Ja, sehr gut. Ist das noch ein Ergebnis? Ne, hab ich nicht mehr. Doch, hab ich noch. Funktionsvoll. Granate. Jawoll. Wo haben die denn her? Von oben. Schönen, sagst du ja. Schmeiß die Grenade und lass uns auch noch aus der Runde. Ja. Boah, hier ist ein Jäger unterwegs. Da sind Banshees. Ah, da sind Banshees. Die müssen wir jetzt einnehmen. Boah, die sind ganz gut. Hab ich ne Banshee. Hier sind ein paar Panzer auf, die müssen wir aufpassen. Abfall. Das ist jetzt so pek, ja. Aber wir können auch einfach da hochfliegen. Aber wollen wir noch ein bisschen battlen, oder was? Ja. Die ganze Nahrung der Flucht wird immer aufgerissen. He, he, he. Boah, meine Batch ist kaputt. Oh nein. Ja. Eintschuld tot. Dann würde ich sagen, flieg ich da mal hoch, wa? Ja. Mach mal. Und ich denke, hier kommt ja noch eine. Ja. Die fliegen um die zwei, drei Stück rum. Hier stehen aber auch immer noch welche rum. Wenn wir noch welche rumstehen, dann komm hoch. Ja, ich bin noch nicht wieder da. Ach so, ja. Ach so, ja. Alles gut. Wipfe. Was war denn das bitte? Oh, das Gewehr ist explodiert so komisch grün. Hab ich noch nie gesehen. Jetzt mal hier wieder. Ja. Hey, lass jetzt mal alle töten hier. Oh fuck, ich hab die Jäger angelockt. Ja. Ja. Ich kann die Benchy von dir unter treffen. Uh. Ah, scheiße. Hey, wie bin ich jetzt gestorben? Der hat mich plattgeflogen, der Benchy-Frieger. Nein. Doch. Die fliegen dir auf den Kopf. Siehst du das? Die fliegen dir auf den Kopf. Wow. Ey, was sind denn das für Hunde? Ja, man. Aber gut zu wissen. Ja. Dann wirst du immer in Bewegung bleiben. Ja. Oh, Panzer. So, eine Benchy ist weg. Hier, da oben im Geschütz. Jetzt kommt noch eine andere Benchy. Benchy dreht ab. Pass auf, der Panzer. Von hinten. Geht das bei den Ausstellern? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Aber die kannst du kaputt machen. Panzer ist weg. Sehr gut. Die schützt oben auch. Komm, fliegen wir nochmal zu den Jägern nochmal. Oh fuck, wie ausgestiegen. Egal, ich glaube ich kann die platt fahren. Und versuch den Weg. Boah, warst du das? Ja, habe ich die getroffen? Ich hole mir die andere jetzt. Aber, hier waren auch noch Plasmagewehre. Da nimmst du schnell eins mit. Nee, sind ja da. Ich schieße auch nicht. Wer die Jäger? Ja. Richtig harte Knochen. Okay, da fliegt noch eine Benchy. Kommt jetzt zu dir von unten. Oh, 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 oh. Lass uns einfach nach oben fliegen. Gut. Das ist kaputt. Ab mal hoch. Ja, meines ist auch fast kaputt. Ich glaube, jetzt haben wir alles weggeholt. Ja, die Jäger ist noch da. Boah, jetzt bin ich auch platt. Aber ein Geschütz. Du musst mal oben schnell landen und reinhalten. Nein! Nein! Das ist nicht passiert. Scheiße, Mann. Was war das denn jetzt? Ich habe schon wieder eine Benchy auf deinem Kopf gelandet. Warst du das? Nee, ich war ja schon exaktiert. Ich war schon tot. Ja. Ich bin eh tot. Fliegt man auch. Ach, scheiße. Ah, hartnäckig hier. Ja. Ja, halleluja. Kriegst du euch? Hä? So, kurz Pause. Ich muss was was trinken. Ja. In den Hals. Boah, hier gehen voll die Kämpfer ab hier drin. Ja, ja, ja. Echt? Ja, ich bin mitten rein und dann kann zu viele. Ja, ich bin wieder. Jetzt bist du wieder. Boah, Granat-Raketwerfer. Ich komme raus aus der Tür und gleich Raketwerfer. Hier, der Wichser. Wie viel da? Ich bin wieder da, ja. Ging schnell. Alter. Was ist der scheiß Raketwerfer? Alter, was ist hier los? Jo, noch einer mit dem Raketwerfer oder warst du das? Ne, ich bin ein Lassdinger eingeschwungen. Ja, gut. Oh, ich glaube, das ist doch einer mit dem Raketwerfer. Ja, hier. Jo, jo, jo. Hier kommt eine ganze Horde, Alter. Hast du's gesehen, oder? Ja. Jetzt bin ich tot. Bin schon wieder da. Ich bin schon wieder da. Habe ich mal eine Waffe wieder. Boah, hätte Pumpkin. Er hätte auch eine Pumpkin. Alter, was ist hier los, Digi? Darf und in. einfach die besten waffen die wichser bist du tot oder was war eigentlich wieder zurück oder oder wie wir müssen das ding ein springen da ist es wieder da nein jetzt bin ich da müssen wir noch mal in das ding reinspringen ja hier ist der punk anfall zu das war's der generator ist überlastet jetzt noch der mehl ist auch eine ganze horde ich auch deswegen glaube ich nur noch weg hier Kontrollpunkt, also sind wir richtig Eine Benchie ist runtergefallen, ne? Ne, sind noch ein paar Einer fehlt noch, nehmen wir uns den letzten Generator vor Dieser Tunnel führt zum nächsten Abschnitt der Schlucht, dort befindet sich der letzte Generator, um den wir uns kümmern müssen Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Panzer ist gut Komm wir fliegen jetzt einfach durch Ja Gucken wie weit wir da rein fliegen können Ich bin tot Ich steig hier raus Ich schieß zu viel auf mich Mal gucken wie weit ich komme Ja da kam glaube ich eine Rakete, war das unsicher Du wirst aber bald wieder kommen Ja ich steig erstmal aus da Wolltest du wiederkommen Ja da komm ich wieder Zu Fuß macht doch am meisten Spaß Ja Wow Lebst du noch? Ja Was war das? Ich weiß es nicht Ja damit wir nur noch zu Fuß weiter können die fliegen Ja, alles klar Wolltest du ja noch in das Flattraumschiff oder so, ne? Ja Wie überall wärst du von Captain Keys Nee, den haben wir doch schon befreit Da waren wir schon drinnen Ich glaub wir müssen da nochmal rein Ja der wurde doch von der Flattern entführt und getötet Uuh Uuh Uuuuh Uuuuuh Ui kurzen prozess schöne waffe rum keine munition das nehme ich hier ist medikit falls du brauchst aber rein wenn du brauchst ich hab mir volles leben die 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 Wohohohohohohohohoh! Outro Everywhere, in a village You're a fighting vicious abanant No, no, it's not for anyone